Das ist Sandy. Er ist etwa 6,5 Jahre alt und gehört auch zu der geretteten Boni-Hat-Ten. Er ist aufgeschlossen und freundlich. Jetzt gerade die neue Situation ist ihm noch nicht so kür. Ich weiss noch nicht so recht, was er mit uns anstellen soll. Aber im Tierheim zeigt er sich sehr vertraglich und einem Menschen gegenüber auch aufgeschlossen. Natürlich hat auch er bis jetzt nichts von einem Leben im eigenen Zuhause kennengelernt. Darum wünschen wir uns das ganz fest für ihn und dass er dort das Hundeneimaleis lernen darf und zusammen mit seinen Menschen einfach durch den Tag gehen und mit ihnen das Leben bestreiten.